einen wunderschönen guten morgen alle die zum ersten mal sind willkommen zurück an alle die schon wieder da sind was hier passiert mario hat also 25 minuten ein allcon update aufgenommen hat versucht den aufnahmebutton zu drücken aber er hat ja heute morgen schon den einen oder anderen wodka getrunken hat daneben geklickt deswegen muss ich das ganze jetzt noch mal aufnehmen deswegen mache ich das jetzt allerdings nicht sondern ich werde nur noch die wichtigen marken denn das wird super super schnell gehen wer hier nicht mitkommt der drückt einfach auf doppelte geschwindigkeit und lässt sich das ganze dann ein bisschen schneller erzählen natürlich ein bisschen langsamer aber auch hier leckon vier stunden close hier unter dieser marke von 119 wird uns zurückführen auf 116 50 durch berichten durchbrechen wir die werden wir relativ zügig auf die 112 anschlagen durchschlagen wir das nach unten ist der move vorbei in richtung norden würde ich keinen neuen long trade eingehen bevor wir nicht 126 50 durchgestoßen haben xrp müssen wir wirklich aufpassen dass wir hier diese goldene linie nicht nach unten hinnehmen auf vier stunden basis sollten wir keinen close haben unter der 82 cent denn dann werden wir zurückkommen auf die 80 cent durchbrechen wir die ja es ist sehr sehr wahrscheinlich dass wir zurückkommen auf 75 und so weiter über einen neuen long trade würde ich nicht nachdenken bevor wir nicht diese kleine aufsteigende goldene linie auf vier stunden basis rausgenommen haben das ist die 84 cent dann kann es auch weiter hoch gehen cardano sieht so aus als wenn wir bock haben hier durch diesen knoten punkt nach unten zu durchbauern wenn ja schlagen wir auf auf der 92,8 cent von da auswärts noch mal bei uns geben und dann vielleicht hier durch diese marke durchschreittern wenn wir die goldene linie nach unten durchbrechen ist der move sehr wahrscheinlich vorbei und dann gibt es einen krassen short trade bei vichern 0,4 prozent im plus genauso wie bei xrp sollten wir aufpassen dass wir hier diese goldene linie halten denn wenn ich ja dann müssen wir nicht überreden dass es sehr sehr schnell auf die 5,16 zurückgeht durchbrechen wir die ab hier auf diese grüne aktuell verlaufen bei 5 cent ja und sollten wir eben mal hier die 4,9 herausnehmen auf tages basis ist der move auch auf jeden fall vorbei in long trade würde ich hier nicht einnehmen bevor wir wieder die 5,4 cent nach oben hin durchbrechen haben solana aktuell minus 0,4 prozent auch hier wird das ganze danach aus als wenn wir bock haben nach unten hin du zu durchstoßen also beide grüne linien nach unten dann wird es noch mal ein retest geben dieser linie und dann möglicherweise runter wenn das ganze so passiert sollten wir hier den tages close kriegen über der 93 geht es auf 27 und danach auf 101 link 1,5 prozent im minus auch hier nicht gut vier stunden basis haben wir diese rote linie wieder nach unten hin durchstoßen haben das ganze angetestet ziehen aktuell weiter runter nicht gut ist sieht so aus als wenn wir auf jeden fall noch mal die 15 die 14 und 86 antesten sollten die nicht halten zurück auf hier diese grüne aufsteigen die linien gleichzeitig rot das müssen wir halten denn wenn nicht in dort ein abstieg auf 13 86 das wäre nicht günstig ist das ganze hier nur eine art bullenflagge oder triangle müssen wir diese grüne absteigen die linie nach oben hin durchstoßen das ist ungefähr bei 15 50 dann kann ich das ganze reiten in 15 85 wenn wir das nach oben hinbrechen geht es auch weiter hoch luna minus 0,6 prozent auch hier sieht nicht so gut aus durchbrechen wir hier diese diese in anführungsstrichen schallmauer geschweige denn auf jeden fall die 90 60 geht es direkt runter auf die 86 60 und wenn wir das nach unten schoßen die 83 das ist dann eine wichtige tagesmarke die halten muss ansonsten gibt es auch nicht auf die backen wenn wir von hier hochkommen diesen knoten punkt nach oben hin durchstoßen gleichzeitig die 94 auf vier stunden war das rausnehmen geht es auf 97 danach auf 101 bitcoin cash haben wir gestern noch darüber redet wir sind hier sehr sehr krass angestiegen in einer art blow-off und jetzt haben wir hier drei goldene linien die wir sehen jetzt gleich auf stundenbasis die wurden jeweils ganz ganz genau angetestet einmal grün drüber gerettet nächste rote kettband direkt zurück hier auf diese aufsteigende goldenen noch darüber gerettet nächste grüne gerettet nächste rote kettband ab und jetzt sind wir auch hier auf diesem support wir werden wahrscheinlich in denen auch noch durchbrechen dann zurückfahren hier auf diese 350 bauen zähling vielleicht noch mal ein baum dann hier durchfliegen durch so eine aufsteigende diagonale linie und wenn wir das machen ist der move vorbei dann kann sie böse böse auf die backen geben bei bitcoin cash denn wir sind die letzten tage unfassbar gut angestiegen das war von tief bis zum hoch 40 prozent in acht tagen mal ein bisschen aufpassen darauf dort ist gerade ins minus gerutscht war vorhin noch im plus auch hier sieht das ganze danach aus der aufwärts trend ist auf jeden fall intakt jetzt muss mal gucken was nächstes kommt auf stundenbasis seht ihr dass man sich hier noch eine wunderschöne linie einzeichnen kann sollte die auf stundenbasis nach unten brechen ist es klar dass wir die 1960 noch mal antesten 1960 sollten halten wenn die nicht dann geht es zurück auf diese aufsteigende vier stunden linie die von ganz unten geführt hat entschuldigung das ist eine tageslinie die von sehr sehr weit unten kommt aber werden wir die nach unten hin durchbrechen geschweige denn die 18 70 dann gibt es richtig heftig auf die nuss bei dort darauf will ich achten long trade will ich aktuell nicht eingehen bevor wir nicht die grüne linie über uns bei 20 64 nach oben hin durchbrechen die fall chain aktuell minus ein prozent auch hier ist das ganze noch okay ein intakter aufwärtstrend mit höheren hochs und höheren tiefs solange es dabei bleibt und das hier zu einer bullenflagge wird ist das auch okay das wäre der bruch dann über dieser kleinen absteigenden golden linie und das gleichzeitig zurück aber an der 3 dollar 95 dann geht es hoch auf 4 dollar und 0 1 wenn wir das nach oben hinbrechen weiter sollten wir allerdings hier diese aufsteigende linie und auch die rote linie auf vier stundenbasis nach unten hin durchbrechen hier und man wird relativ zurückgehen relativ schnell auf die 3 dollar 70 3 dollar 50 das liegt dann hier und das müssen wir dann halten sonst auch hier heftiger schmerz jetzt hier im classic ist krass mega krass gelaufen in den letzten tagen kann man nicht sagen aber genauso schnell kannst runter kommen bitte passt auf die sieben goldenen linien auf eine testen wir gerade an wenn wir die durchbrechen dann geht es zurück auf 44 und 50 verlassen wir die noch sehr sehr schnell auf die 42 runter und der move ist meiner meinung nach vorbei wenn wir diese goldene linie herausnehmen die verläuft jetzt zu diesem aktuellen zeitpunkt ungefähr bei 40 dollar falls wenn wir die durchbrechen dann schlagen wir hier auf auf die 38 und wenn wir die nach unten hin durchbrechen ist die nummer durch looseless brauchen vier stunden close am besten ein tages close hier über dieser linie bei 40 cent dann haben wir die möglichkeit um weiter anzusteigen denn das wäre dann auch hier diese schöne cup and handle falls wir das ganze nicht machen müssen wir aufpassen dass wir diese goldene linie aufsteigen hier nicht nach unten hin durchbrechen die verläuft zum aktuellen zeitpunkt bei 37,7 cent durchbrechen wie nach unten geht es zurück auf 34 danach auf 30 und weiter abschreien kommen wir zu bekämpfen zwei coins von sehr hart auch hier kurz der gut coin extra für sehr hart da sind wir in den letzten tagen mehr gelaufen das sind in fünf tagen 42 prozent auch hier würde ich darauf aufpassen dass wir vier stunden basis dieser goldene linie nicht nach unten hin brechen denn das würde dann auch gleichzeitig das verlassen dieses leichten horizontalen supporters sein das seht ihr hier wenn wir den nach unten hinbrechen das ist aktuell die marke von 1 dollar 22 genau groß haben 1 dollar 20 dann wird relativ schnell zurückgehen auf 1 15 1 10 und dann spätestens beim unterschreiten hier dieser marke 1 10 ist dem move auf jeden fall vorbei und stonecoin hat er sich auch noch gewünscht hier genau das gleiche mehr krasse anstieg die letzten tage 150 prozent in 20 stunden ja kann man machen schnicki wenn das ganze eine bullenflagge wird okay long für mich allerdings erst möglich wenn wir hier wirklich darüber kommen über diese über die ersten wohnen flage und auch in vier stunden horizontalen support rausnehmen bei bei 13,3 cent sprich jetzt hier mal so werpe pppppppp und dann hier so drüber kommt und das wirklich hier diese kerzen dann rausnehmen dann ist das ganze für mich möglich in richtung 15 cent wenn wir darüber kommen definitiv noch weiter aufsteigen allerdings wenn wir hier diese rote linie durchschreit nach unten 10 11 11 nach unten wird uns relativ schnell zurückführen auf 10 cent psychologisch wahrscheinlich eher auf 9,5 cent und durchsprechen die wie die ist der move vorbei und dann kann es auch hier sehr sehr schnell nach unten gehen das war jetzt auch sehr sehr schnell ja das tut mir total leid anders kann ich das nicht sagen ich habe es einfach verpeilt also bin ich einfach verpeilt vergessen auf den aufnahmenbutton zu drücken wäre ich habe mir gerade richtig viel zeit genommen vorher für die coins und das hat mich auch richtig richtig geärgert das tut mir jetzt leid dass ich da so rüber schießen musste aber ich kann ein 25 minuten video nicht noch mal 25 minuten aufnehmen das wäre echt heftig ich wünsche euch einen wunderschönen start in diesen mittwoch guckt euch das bitcoin update an auch gleich gibt es noch das marktupdate da drücke ich dann vielleicht auch mal auf den aufnahmebutton und ansonsten sehen wir uns heute abend wie immer und wie jeden tag live zum abend update